Jeder wusste von der Existenz dieses Volkes, aber niemand kannte ihr wahres Geheimnis. Bis zu jenem Tag, an dem der Journalist Liam Wolf zu ihnen kommt. Er entdeckt Phänomene wider jeder menschlicher Vorstellungskraft und wird sogar in ihr grösstes Geheimnis eingeweiht. Doch in welchen Preis? Der Journalist in ihm kann niemals die Welt über dieses Mysterium aufklären, ohne das indigene Volk zu verraten. Wäre es für ihn nicht besser, alles zu vergessen?